ja hallo liebe froniusinstallateure ich darf sie heute recht herzlich begrüßen zu unserem technischen support video mein name ist leonard peberg und gemeinsam mit meinem kollegen christoph stierlinger werden wir sie heute durch dieses video leiten das thema photovoltaik ist ja nicht mehr so einfach wie es vor zehn 15 jahren war damals war der wechselrichter mittelpunkt das ist ja auch heute noch aber heute gibt es sehr viele lösungen noch rund um den wechselrichter herum in seinem hybrid system wir haben speicherlösungen batterien wir haben lösungen für den sektor wärme für den sektor e-mobilität hausautomationen und das ganze wir verstehen auch dass das ganze auch viel schwieriger ist mittlerweile zu installieren zu in betrieb nehmen und darum gibt es heute dieses dieses video von uns wo wir sie durch diese sektorenkopplung leiten wollen ganz wichtig am anfang noch wir haben natürlich selbst von fronius lösungen für die sektorenkopplung kennen sie wahrscheinlich watt pilot on pilot sind aber auch kompatibel mit drittanbieter herstellern wie zum beispiel wärmepumpen hausautomationssysteme und darum finden sie eine kompatibilitätsliste für unseren gen24 plus hybrid wechselrichter in der video description schauen sie einfach rein und laden sie das paper herunter genau wie gesagt heute geht es um die gen24 und alles rundherum also die ganze sektorenkopplung von der gen24 da werden wir auch speziell auf die kniffligen themen eingehen wie zum beispiel datenkommunikation das ist immer so ein pain point bei unseren installateuren das eher schwierig ist und da wollen wir ihnen heute unterstützung leisten ganz wichtig auch noch werfen wir es immer einen blick auf die homepage ich habe es auch unten noch mal verlinkt dieser technischer support bereich für installateure bezogen auf die gen24 plus jetzt da finden sie alle wichtigen relevanten informationen bedienungsanleitungen und so weiter für die gen24 plus einfach mal kurz draufklicken und durchschauen genau dann beginnen wir auch gleich mit einem kurzen blick auf die agenda ja ganz zu beginn zeige ich ihnen ein übersichtliches konfigurationsschema wo sie wirklich jetzt alle lösungen in form von einem system sehen da werde ich gleich noch selbst genauer darauf eingehen und dann übergebe ich an meinem kollegen christoph schierlinger der sich dann durch die speicherlösung geleitet also gen24 plus mit bwd und smart meter danach die notstromlösungen von unserer gen24 plus also pb point und full backup und die datenkommunikation mit zum beispiel der envitec box dann die lösung für den sektor wärme also gen24 plus mit onpilot und smart meter dann noch die e-mobilität ganz wichtig unser wattpilot mit gen24 plus und smart meter und ganz zum schluss sollen wir noch die wichtigsten dinge bezüglich solarweb klären wo finden sie die seriennummer wo machen sie die updates wie fügen sie mehrere anlagen zu einer anlage zusammen und ganz am ende danach noch unser solar sos das ist ganz wichtig unser service tool dann werden wir auch noch kurz vorstellen welche vorteile sie mit diesem tool haben genau dann beginnen wir gleich mit dem ersten punkt ein übersichtliches konfigurationsschema wo sie wirklich alle lösungen sehen es ist da können sie jetzt gern auf pause klicken mal in ruhe über dieses schema drüber schauen das ist auf den ersten blick sehr groß es sind sehr viele lösungen integriert aber es ist sehr wichtig dass man weiß wo sitzt der wechselrichter wo sitzt die batterie wo sitzt das smart meter und bei diesem konfigurationsschema sticht gleich mal ins auge zum beispiel hier diese notstrom varianten beim gen24 plus haben wir ja pv point oder full backup variante die full backup variante muss eben mit einer externen netztrennung wir arbeiten hier gerne mit den boxen der firme envitec zusammen realisiert werden hier gibt es eben entweder full backup oder pv point ganz wichtig auch immer noch die datenkommunikation zwischen den komponenten hier sieht man auch dass es verschiedene arten von datenkommunikation gibt einmal modbus zum beispiel zwischen wechselrichter smart meter zwischen dem wattpilot und dem gen24 plus ist das beispielsweise die solar api über wlan also es gibt hier verschiedene arten von datenkommunikation das ist immer sehr wichtig dass man eben hier die ganze datenkommunikation gut versteht auch um das realisieren zu können genau ganz wichtig auch noch die einbildung einer ac quelle zum beispiel eines bestandsystems ein fremdwechselrichter oder ein älteres system mit einem fronius wechselrichter oder ein windgenerator egal was kann von der ac seite auch in so ein hybridsystem mit batterie integriert werden das ist ganz ganz wichtig dass es hier keine datenkommunikation braucht es muss einfach angeschlossen werden und dann über das webinterface des gen24 plus kann diese ac quelle dann in das system integriert werden genau schauen sie das schema einfach mal in ruhe durch das ist ganz wichtig und dann würde ich auch schon an meinen kollegen übergeben für die erste lösung das ist die speicherlösung da werden wir ihnen wirklich hands on live zeigen wie sie das system in betrieb nehmen gen24 plus die byd und den smart meter dankeschön ja herzlich willkommen nun auch von meiner seite mein name ist christoph schierlinger ich bin aus dem trainingsteam der leo hat mich bereits vorgestellt und ich darf nun mit ihnen das erste die erste konfiguration durchmachen und zwar werden wir uns jetzt ansehen den gen24 plus zusammen mit einem fronius smart meter und der byd batterie und dazu möchte ich ganz schnell in das konfigurationsschema schauen gut also wir sehen hier schon das verkabelungsschema unserer drei komponenten eben den fronius smart meter 65 ampere dreiphasig in diesem fall den gen24 plus mit seiner datenkommunikationseinheit und auf der ganz rechten seite die byd battery box premium in diesem fall haben wir eine hvm batterie ja ganz wichtig zuallererst ist natürlich auch die datenverkabelung ich nehme an die ac dc verkabelung ist teilweise natürlich ein bisschen einfacher erklärt die werden wir uns später natürlich auch ansehen aber ganz ganz wichtig und darauf möchte ich jetzt eingehen ist eben die datenverkabelung und hier sehen wir bereits verschiedenfarbige verschiedenfarbige kabel hier vom fronius smart meter zum gen24 plus und wir haben hier eine modbus leitung modbus rtu und hier haben wir zum beispiel vom fronius smart meter eine dreipolige leitung zu unserem gen24 gelegt und hier angeschlossen haben wir zum beispiel die pins 8 9 und 10 für data plus data minus und ground und auf der mittleren seite sozusagen am gen24 auch hier angeschlossen in den drei farben m1 plus m1 minus und ground hier kommt gleich die erste information meinerseits bitte bei der verkabelung einer batterie den smart meter auf m1 setzen und die batterie auf m0 verkabeln also ihr wisst das bestimmt schon wir haben ja auf unserem gen24 zwei getrennte unabhängig voneinander modbus verkabelungen zwei anschlüsse eben m0 und m1 beide sind gleich konfiguriert aber bitte wenn hier eine batterie mit verkabelt wird auf m0 die batterie und auf m1 den smart meter generell zur verkabelung möchte ich noch ein paar interessante dinge aufzählen kabelwahl ganz wichtig bitte cat5 kabel ein standard ethernet cat5 kabel oder eine höherwertige topologie verwenden grund dahinter ist einfach dass ab cat5 hier auch eine schirmung des kabels erfolgt ist die schirmung ist sehr wichtig für eine gute datenqualität dieser schirmung gehört bitte auch einseitig geerdet weiterer wichtiger punkt den wir hier sehen über den shield anschluss können wir also die schirmung einseitig erden bitte nicht vergessen immer nur einseitig erden nicht auf beiden seiten genau dasselbe es gilt auch hier für den datenanschluss der batterie einseitig geerdet am gen24 plus wieder am shield punkt zweiter wichtiger punkt ist ein verdrilltes kabelpaar zu verwenden zwischen data plus und data minus in dem fall zwischen m plus und m minus bitte ein verdrilltes kabelpaar verwenden und zu guter letzt bitte auch auf die abschluss widerstände achten damit auch hier ein eine sichere ein sicherer transfer der datensignale erfolgen kann gibt es die möglichkeit am smart meter einen abschluss widerstand zu aktivieren indem man eine kleine kabelbrücke setzt das heißt am smart meter ist dieser 120 ohm abschluss widerstand den wir benötigen bereits integriert auf dem pin 7 brauchen wir also nur noch eine kleine kabelbrücke auf pin 9 legen und somit ist dieser aktiviert kleiner bügel der hier gesetzt werden muss am gen24 ist es noch einfacher wir haben hier an der oberen ansicht einen zwei kleine tippschalter für je einen der modbus anschlüsse natürlich modbus 0 modbus 1 und den möchten wir in diesem schema natürlich beide auf 1 geschaltet haben was natürlich dann heißt dass der abschluss widerstand gesetzt ist und an der batterie ist es noch einfacher sogar wir haben nämlich als standard auf standard gesetzt hier die kleinen tipp switche die man hier im bild sieht auf on gesetzt das heißt hier wird von haus aus der abschluss widerstand aktiviert ausgeliefert ja gut ein paar details sind hier unten noch aufgelistet maximale distanz der datenverkabelung bitte nicht überschreiten und dasselbe gilt natürlich auch auf maximale distanz zwischen wechselrichter und batterie genau bitte einfach diese limits auch hier einhalten gut das war soweit zur erläuterung der verkabelung einen punkt möchte ich noch anführen hier zur messung ich kann natürlich auch auf nummer sicher gehen und mit meinem multimeter testen ob nun der 120 ohm abschluss widerstand vorhanden ist oder nicht und das kann ich ganz einfach machen indem ich mit meinem multimeter zwischen m plus und m minus also in diesem fall zwischen grünem und gelbem kabel kann ich messen kann ich die messpunkte abgreifen und hier sollte ich dann natürlich 60 ohm messen dann weiß ich okay ich habe meine abschluss widerstände richtig gesetzt ein kleiner tipp noch für sie wenn sie hier die installationen vornehmen ja für weitere infos gibt es natürlich dann auch lösungsblätter das werden wir genau jetzt hier auch einblenden hier gibt es einen link hierzu hier können sie sich das ganze noch mal in einer ausgedruckten form oder abgespeichert als pdf das ganze noch mal anschauen ja gut das war soweit zur theoretischen erläuterung und jetzt schauen wir uns das ganze in der praxis an ja wir starten also wie besprochen gleich los mit dem ersten praktischen part und dazu möchten wir natürlich mal unser setup vorstellen und zwar haben wir hier eben unser test setup aufgestellt wir haben unseren gen24 plus unseren smart meter daneben und um diese zwei komponenten kümmern wir uns gleich mal zuerst vielleicht zur erklärung kurz noch wir haben hier unser simuliertes netz dreiphasig mit neutralleiter und erde kommen also hier vom hausanschluss vom netz wird hier am smart meter angeschlossen und von hier wird dann wechselrichter und unsere lasten angeschlossen ja das werden wir uns gleich noch ein bisschen ansehen und der erste schritt natürlich bei der installation beachten müssen ist dass wir wirklich auch das netz weggeschalten haben der wechselrichter ist ac und dc seitig stromlos heißt auch hier dc trainer in die off position und dann können wir auch gleich mit dem ersten schritt starten und zwar dc verkabelung anschließen am wechselrichter dazu brauchen wir unseren torx 20 schraubendreher unser magisches werkzeug mit dem wir in fast jedes fronius produkt reinkommen wir öffnen zuallererst unser unsere außenschale dann kommt dieser zweite deckel mit fünf schnellverschluss schrauben gut wir starten jetzt also mit der verkabelung mal auf der dc seite also kurz zur erklärung hier die dc anschlüsse in der mitte unsere datenkommunikationsanschlusseinheit und hier ganz rechts ac seite hier sieht man schon der wechselrichter wurde ac seite schon verkabelt uns fehlt dazu nur noch auf der smart meter seite der anschluss auf der ac seite gut auf der dc seite sehen wir schon wir haben hier zwei kabel angeschlossen pv1 plus pv1 minus das heißt der pv generator selbst ist schon angeschlossen wir möchten jetzt unsere batterie anschließen dazu öffne ich mal diese zwei kleinen einheiten hier führe meine kabeln auf der plus und auf der minus seite ein und schließe diese schnellverschluss klemmen auch wieder das heißt unsere verkabelung auf der dc seite ist hier schon komplett ein wichtiger punkt hier noch die zugentlastung andrehen damit hier auch nicht unabsichtlich ein kabel wieder herausgezogen werden kann wir sind hier also auf spannung nun und haben unsere dc verkabelung richtig abgeschlossen jetzt geht es weiter auf der datenkommunikationsseite also hier mittig und wir haben hier eine extra kabeldurchführung hier unten über die wir unser modbus kabel einführen möchten das heißt hier in meinem fall wäre das hier die erste kommunikationsleitung schon durchgezogen auf der anderen seite möchte ich dann im nächsten schritt gleich den smart meter anschließen genau der ist dann hier drüben hier ist dann der nächste schritt zu machen auf unserer seite müssen wir jetzt zuerst mal am wechselrichter anschließen wir sehen hier drei orange plugs für uns interessant hier ist jetzt der mittlere den kann man auch abziehen und für alle die jetzt die grafik im vorhinein schon genau betrachtet haben ist das eben genau die wo modbus 0 und modbus 1 drauf ist und wenn wir uns erinnern auf modbus 1 werden wir jetzt mal unsere pins anschließen wie man hier auch sieht haben wir unsere erdung hier eigens mit einem mit einer ader enthülse versehen die wir hier dann auf diesen shield plug legen werden gut das machen wir jetzt gleich mal ok also wir haben nun die datenkommunikationsverkabelung auf diesem orangen plug des gen24 plus gerätes angeschlossen für eine detailübersicht bitte ich sie nochmal hier einfach ein paar sekunden zurück zu gehen auf die schematik die wir vorher besprochen haben da sehen sie das ganze etwas genauer auf welche pin sich das jetzt angeschlossen habe ja also im ersten schritt wir stecken das ganze wieder an kabel ist hier gesetzt und im nächsten schritt schließen wir dann den smart meter an bitte immer beachten die leer verrohrung hier bitte dc datenkommunikation und ac kabeln immer getrennt in leer verrohrungen durchführen um natürlich auch hier auf auf sicherheit zu achten in unserem fall hier wir haben also unsere kommunikationseinheit auf der einen seite angeschlossen und jetzt ist es an der zeit ich drehe mich hier kurz einmal um und den smart meter einmal genauer anzusehen wir sehen hier also schon ac-seitig ist ja auf diese bananen stecker hier verkabelt vom netz kommend wäre er versorgt wir haben das ganze aber hier stromlos geschalten und netzseitig unten werden wir hier im nachhinein dann noch um unseren wechselrichter und unsere lasten anschließen jetzt ist es aber mal an der zeit unsere datenkommunikations kabeln anzuschließen und den ersten schritt den wir hier für machen müssen ist diese dieses cover hier unten abzunehmen wir sehen hier hier gibt es ein zweites cover welches uns vor stromschlägen der ac seite schützt bitte auf dieses nicht vergessen und jetzt in unserem schritt werden wir wahl auf pin 8 9 und 10 unsere modbus verkabelungen anschließen und im anschluss an das auch unseren 120 ohm abschluss widerstand setzen wir erinnern uns hier einfach eine kleine kabelbrücke dazu verwenden ok jetzt sehen wir das fertig angeschlossene produkt wir sehen unseren smart meter verkabelt wir sehen auch diese diesen diese kleine kabelbrücke mit dem wir unseren 120 ohm abschluss widerstand gesetzt haben letzter schritt ist noch diese kleine diese diesen kleinen deckel hier aufzusetzen alles schön und sauber und wir sehen hier jetzt auch schon unsere verkabelung auf der ac seite angeschlossen von unserem wechselrichter sind natürlich immer noch stromlos wir haben auch keine werte am smart meter und genau wir gehen jetzt also vom smart meter zu unserem wechselrichter sehen hier die verkabelung am smart meter haben wir auf modbus 1 unsere unseren smart meter angeschlossen und im nächsten schritt möchten wir von modbus 0 unsere batterie hier verkabeln also das wird unser nächster schritt die modbus verkabelung am gen 24 zur batterie zu machen so ok also wir haben jetzt unsere datenkommunikations verkabelung auf allen drei komponenten angeschlossen beide batterie und smart meter sind mit dem gen 24 verbunden und wir haben diese verkabelung hier richtig ausführen können auch hier die schirmung wird wieder einseitig geerdet und ja jetzt geht es an den nächsten part und wir steigen hier jetzt ein in die detail verkabelung an der byd batterie also wir sehen hier das offene setting hier einfach seitlich abgeschraubt mit fünf schrauben und wir sehen auch den anschlussbereich hier und ja natürlich die erste verkabelung die wir hier gleich mal machen ist die erdungs verkabelung die wird hier mit einem kabel schuh aufgelegt hier einfach eine kleine mutter hier genau ich ziehe das ganze jetzt mal per hand an wir gehen danach noch natürlich mit einem drehmoment nach und fixieren das besser wo wir keinen drehmoment brauchen ist die dc verkabelung wir haben hier wie auch bei unserem wechselrichter diese schnellverschluss schrauben das heißt ich starte jetzt zum beispiel mal mit plus und minus und wir sehen hier die verkabelung auf der dc seite bereits erledigt auf diesem schnellverschluss plug und letzter step ist hier noch die den den modbus anschluss natürlich zu machen wir kommen wie bereits erwähnt von unserem wechselrichter mit unserer vierpoligen leitung modbus und ein 12 volt signal über die schirmungserdung brauchen wir uns keine gedanken mehr zu machen das haben wir bereits einseitig am gen24 plus erledigt und hierfür gibt es jetzt den anschlussbereich an der batterie werde ich das ganz kurz hier mit zwei klemmen lösen und hier herausgreifen also das ist der anschluss um den es hier jetzt geht bei der modbus verkabelung und hier werden wir jetzt unseren anschluss tätigen ok wir haben jetzt unsere verkabelung fertig angeschlossen der plug sitzt wieder an seinem ursprünglichen ort an seiner ursprünglichen position und wir sind mit unserer verkabelung am wechselrichter am smart meter und am gen24 wechselrichter fertig und jetzt ist es an der zeit das ganze in betrieb zu nehmen hierfür gibt es dann auf der rückseite der batterie also auf der gegenüberliegenden seite des anschlusses einen hauptschalter den aktivieren wir mit dem aktivieren wird auch gleichzeitig ein access point aktiviert den wir im nächsten schritt für die inbetriebnahme der batterie brauchen und hier ein ganz wichtiger punkt bitte auch die einschaltreihenfolge beachten immer mit der batterie starten hier zuerst die batterie in betrieb nehmen bevor der wechselrichter zugeschalten wird hier die richtige einschaltreihenfolge bitte immer beachten gut also hauptschalter wird auf on geschaltet wir sehen dann auch ein blinkschema da auf dieser led auf der seite der bbd batterie und hier auch ein weiterer hinweis auch für sie noch wenn es probleme geben sollte während der inbetriebnahme wenn der wechselrichter die batterie nicht finden kann beispielsweise dann kann man hier einen reset machen indem man lange genug auf diesem led oben bleibt bis dass das led erlischt dann hätte man sozusagen einen reset gemacht und hier sollten dann auch probleme behoben werden können einen allerletzten punkt möchte ich noch anmerken den habe ich vorher vergessen den abschlusswiderstand wir haben ihn ja bereits erwähnt in der in der übersicht schema aber hier wären noch diese drei pins wobei diese eben x factory also vom werk weg auf 1 also auf on geschaltet sind nur um das hier noch mal kontrollieren zu können ja wie bereits erwähnt wenn wir eingeschaltet haben ist der access point für ein paar stunden offen und jetzt ist es an der zeit mit der app von bwd zu starten ok also wir haben die verkabelung richtig gemacht wir haben jetzt auch den deckel oben aufgesetzt wieder und fertig verschraubt und wie wir sehen können die batterie läuft schon wir haben den hauptschalter hinten schon aktiviert und über diese led leuchte über diese status led können wir auch sehen die batterie ist aktiv und der access point ist jetzt eben für ein paar stunden offen und in dieser zeit werden wir uns jetzt der bconnect app von bwd widmen und die installation durchmachen ok so wir sind jetzt mit unserem smartphone verbunden wir starten jetzt mit unserer bconnect app die wir hier am bildschirm sehen die haben wir uns jetzt neu heruntergeladen und beim öffnen wird gleich mal eine neues update heruntergeladen eine neue firmware und wir klicken dann auf zu wlan einstellungen um uns natürlich mal mit der batterie selbst zu verbinden muss hier aktiviert werden über diesen schieber und dann sucht das smartphone beziehungsweise die app schon nach dem offenen access point der batterie hier unten schon aufgelistet das ist auch die seriennummer die seitlich auf der batterie zu finden ist und die verbindung wird hergestellt ja uns wird dann eine anzeige aufgeführt dass die qualität die die internet verbindung überprüft wird die die qualität zu zu dem bwd netzwerk und wir gehen wieder retour auf unsere app und bekommen hier nochmal ein paar kurze hinweise aufgelistet wie das ganze konfiguriert werden sollte und da klicken wir auf ja in diesem fall und kommen schon zu unseren ersten schritten die uns dann unsere batterie konfigurieren lassen gut also wir starten gleich mal mit einem datum und zeitüberblick kurze kontrolle ob das denn auch passt könnte hier abgeändert werden und dann können wir schon auf weiter klicken nächster punkt ist natürlich die wechselrichter auswahl ganz klar da kommt nur eins in frage der fronius wechselrichter in unserem fall und mit einem klick auf weiter kommen wir zum vorletzten punkt dem system da die bmu der bwd batterie immer gleich ist müssten wir ihm sagen ist eine hvm hinzugeschalten oder eine hvs in unserem fall ist es eine hvm batterie mit vier modulen genau das wählen wir hier jetzt kurz aus genau vier module das ist eben die anzahl der batterie module je turm und bitte immer darauf achten es gibt je modul auch eine grafische kennzeichnung entweder ein oder zwei weiße striche ein strich bedeutet hvs zwei striche bedeutet ein hvm modul liegt vor und bitte sie diese zwei nie mischen ganz klar haben wir unterschiedliche zellspannungen ja das wird hier auch aufgelistet und unser letzter schritt über weiter führt uns dann zum netz hier gibt es anwendungsarten die ich auswählen kann zum beispiel on grid off grid und backup ist unser system in einem on grid netzwerk das heißt batterie ist zwar angeschlossen aber es gibt keine notstrom umschaltung in unserem system dann sind wir korrekt mit der on grid auswahl in unserem fall werden wir später noch über eine notstrom lösung sprechen das heißt wir wählen jetzt gleich mal off grid aus und genau backup nicht off grid verzeihung und zu guter letzt die phasen anzahl kann hier noch gewählt werden wir sprechen beim simogen 24 plus von drei phasen ja und das war es auch schon mit einem klick auf weiter gibt es noch eine kurze übersicht der konfiguration und hier gibt es dann noch eine kleine checkbox mit einer kompatibilitätsliste die hier aufgelistet wird und mit einem letzten klick auf weiter ist die konfiguration dann auch schon abgeschlossen perfekt in diesem fall sehen wir schon die batterie wurde erfolgreich konfiguriert und wir sind fertig mit unserer konfiguration mit unserer in betriebnahme der bw die batterie hier zu guter letzt befinden wir uns sozusagen auf dem webinterface der batterie und können ein paar details einsehen wie spannungen strom soc wert und temperatur falls das mal der fall sein sollte dass sie etwas kontrollieren möchten hier wäre dann die übersicht hinzu ja und im nächsten schritt werden wir uns jetzt die wechselricht in betriebnahme ansehen so nach erfolgreicher konfiguration der bw die batterie können wir jetzt auch erkennen dass auf der seite wo dieses diese led status anzeige sitzt kein blinken mehr geschieht das heißt die led leuchtet durchgehend heißt für uns die konfiguration ist abgeschlossen und der access point wurde wieder deaktiviert hier haben wir also bereits unseren ersten schritt gemacht und jetzt ist es an der zeit den wechselrichter in betrieb zu nehmen wie wir bereits erwähnt haben ist hier die reihenfolge ganz wichtig wir starten mit der batterie und wie wir hier sehen können haben wir beim wechselrichter noch nichts zugeschalten jetzt ist es aber an der zeit und ich drehe zuallererst mal auf der ac seite auf wir können über die detail ansicht hier schon sehen der wechselrichter ist jetzt im start-up modus er blinkt bereits und erst jetzt drehen wir dann auch auf der dc seite auf und nach erfolgreicher nach erfolgreichem setup laden des wechselrichters werden wir uns dann mit der solar start-app verbinden und die konfiguration abschließen so bevor wir uns jetzt direkt in die solar start-app begeben möchte ich ganz kurz einen hinweis geben wie wir den access point am wechselrichter öffnen wenn es noch nicht bekannt ist wir haben hier jetzt eben schon die led status anzeigen die scheinen schon auf der wechselrichter wird versorgt und mit einem fingertaster in die mitte hier fängt dann die rechte led blau zu blinken an und das ist für uns das signal dass der wifi access point offen ist und jetzt schauen wir gleich direkt in unsere solar start-app so wir starten jetzt also hier über unser mobiltelefon wieder direkt los die solar start-app zu starten mit einem klick darauf öffnen wir unsere app und genau als erstes fragt uns natürlich dass wir das wifi einschalten sollten das kommt im nächsten schritt gleich noch wir klicken auf ok und wir wollen ein produkt einrichten diesem schritt folgen wir wir wählen unser produkt aus in unserem fall ein gen24 wechselrichter unten aufgelistet werden noch snap inverter zum beispiel ja einer der ersten schritte die wir immer beachten sollen ist natürlich das gerät zu aktualisieren die firmware die aktuellste herunterzuladen ganz einfacher schritt auch wichtig bei einer ersten betriebnahme einfach darauf achten dass wir momentan im internet sind auf herunterladen klicken und es wird automatisch die für das produkt angepasste neueste software von der homepage heruntergeladen und dann im schritt zwei müssen wir nur noch auf update starten klicken in unserem fall haben wir das bereits gemacht bei unserem test wechselrichter und wir können auf update überspringen klicken und jetzt ist natürlich unser wifi auf einzuschalten mit einem kleinen schieberegler hier auf on zu drehen und dann können wir eigentlich diese seite schon wieder verlassen mit einem klick auf zurück weil das tool sucht im hintergrund bereits nach offenen access points und siehe da es schlägt uns bereits alle verfügbaren netzwerke im umkreis vor und wir suchen uns einfach die richtige seriennummer heraus von unserem gerät das wäre in unserem fall der wechselrichter mit der endung 979 mit einem klick darauf wählen wir diesen aus und starten unsere konfiguration gut also wir sind jetzt in unserem in unserem übersichts fenster angelangt und wir sehen schon unsere ersten drei schritte die bei jeder installation zu machen sind netzwerkeinstellungen produkt setup und solowebeinstellungen wir starten gleich vorweg mit den netzwerkeinstellungen klicken hier darauf und ja als allererstes müssen wir ein kundenpasswort vergeben wichtig zu wissen dieses customer kundenpasswort wäre auch wichtig dass der kunde erhält weil er mit diesem passwort dann später auch eine wifi einstellung ändern kann das heißt wenn der kunde einen neuen router bekommt kann er hier über dieses passwort dann auch den neuen router einbinden ja das gemacht kommen wir zur vergabe des anlagen der eines anlagen namens wir nehmen hier jetzt einfach mal gen 24 plus als anlagename können noch datum und uhrzeit überprüfen die zeitzone und auch zeitzonen ort wird hier einfach angegeben kurz überprüft und auf weiter geklickt dann kommen die nutzungsbedingungen bei denen wir die wir uns genau durchlesen und zu guter letzt auch mit zustimmen abhaken und auf weiter klicken ja in dem letzten schritt geht es um die netzwerkeinstellungen wie bereits erwähnt wir haben hier drei möglichkeiten wir können einstellungen wir können einstellen dass wir über lan eine einstellung haben oder eine wifi verbindung oder einen permanent offenen access point wir möchten jetzt mit wifi eine verbindung herstellen klicken hier auf das kleine drop down menü könnten hier noch mal alle verfügbaren netzwerke aktualisieren in unserem fall wissen wir bereits wir möchten uns mit unserem energy lab verbinden und geben hier das passwort ein also über diesen kleinen grünen haken können wir bereits erkennen dass unser 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 netzwerk unsere netzwerk verbindung abgeschlossen wurde wir sind jetzt also über den router mit dem wechselrichter verbunden und haben internetverbindung erster schritt abgeschlossen auf zum nächsten schritt zum produkt setup ja wir starten hier gleich mit einer vergabe eines zweiten passwort für den techniker bitte darauf achten das techniker passwort ist wirklich nur für sie als installateur gedacht sollte nicht an den kunden weitergegeben werden da hier natürlich auch sensitive einstellungen gemacht werden können was frequenz und spannungslevel betrifft das heißt das sollte wirklich dem installateur übergelassen werden ja ein paar allgemeine daten werden wie vorher auch schon angezeigt und weiter unten geht es dann ins detail zum thema länder setup hier wählen wir zum beispiel aus welche in welchem land wir uns befinden zum beispiel in unserem fall haben wir hier österreich also austria aufgelistet und können hier das länder setup nochmal im detail wählen at 1 2 oder 3 wir wählen jetzt einfach mal eins aus at 3 beispielsweise und klicken auf weiter gut also diesen schritt abgeschlossen kommen wir dann zur gerätekonfiguration hier geht es darum kommen komponenten hinzuzufügen wie zum beispiel unsere batterie oder auch unseren smart meter hier sind natürlich noch keine komponenten drinnen das heißt wir klicken auf unser kleines plus icon und sagen mal pv generator hinzufügen ganz wichtig wir haben nur einen pf einen mpp tracker einen pv generator angeschlossen tippen hier die nennleistung in watt peak an und klicken auf hinzufügen dann geht es weiter über die über das plus symbol zum zähler über den zähler wird uns gleich abgefragt okay es handelt sich also um einen fronius smart meter über rtu angeschlossen die position ist ja auch noch mal sehr wichtig unser smart meter soll wirklich hier am einspeisepunkt sitzen unser primär zähler um wirklich alle energieflüsse messen zu können es gebe nämlich auch noch den verbrauchszweig bitte hier immer auch die richtige einstellung auswählen modbus adresse 1 passt für uns auch und wir klicken auf hinzufügen ja und zu guter letzt klicken wir noch mal auf das plus und gehen auf batterie natürlich möchten wir auch die byd batterie hier in unser setting hinzunehmen hier gibt es eh keine noch keine große auswahl wir klicken auf unsere byd premium batterie hier könnten noch soc grenzen verändert werden ich rate ihnen hier auf automatisch diese werte zu lassen und weiter unten gäbe es noch weitere einstellungen wie zum beispiel batterieladung von weiteren erzeugern oder batterieladung aus dem öffentlichen netz für weitere details hierzu werden wir auch noch auf eine auf ein detail white paper in der description verlinken ja nun haben wir also alle unsere komponenten hinzugefügt und wir können unseren prozess fortfahren ja zu notstrom settings kommen wir später noch diese lassen wir derzeit noch deaktiviert wir möchten nur die batterie einstellungen hier durch besprechen auch last management möchten wir hier nicht weiter besprechen das heißt in unserem fall können wir hier gleich auf weiter klicken kommen wir zu den einspeisebegrenzungen auch hier sind wir zufrieden mit den settings wir brauchen in unserer region keine einspeisebegrenzung zu aktivieren und klicken auf weiter ja über den zweiten grünen über das zweite grüne häkchen sehen wir auch der zweite schritt ist abgeschlossen was uns zu unserem letzten punkt der solowebeinbindung bringt ok wir sehen jetzt hier über diesen grünen haken auf soloweb haben wir diesen schritt schon abgeschlossen es ist wirklich ganz einfach hier einfach die e mail adresse dann des kunden hinzuzufügen wenn dieser schon einen soloweb account hat und diesem wird dann die anlage übertragen wir haben den schritt auch deshalb übersprungen weil wir später noch mal genau auf soloweb eingehen und hier noch details dazu erklären werden für uns ist jetzt dieser in betriebnahme schritt abgeschlossen wir sehen drei grüne häkchen alles palette und wir klicken auf abschließen ja und wir springen hier dann auch gleich zurück auf unser eigenes webinterface von fronius können schon die energieflüsse hier sehen läuft also alles wie am schnürchen hier und jetzt geht es weiter mit dem nächsten thema ok so wir starten jetzt los mit dem pv point der ersten notstrom lösung mit unseren gen 24 plus geräten und bei dem pv point handelt es sich ja um eine einphasige um einen einphasigen steckdosenausgang am wechselricht also ein einphasiger ausgang der auf eine steckdose konfiguriert werden kann und hier möchte ich ganz kurz in der die theorie erklären wie wir diese verkabelung vornehmen bevor wir in das praktische gehen also wie bereits erwähnt links neben dem anschlussbereich des simogen 24 plus haben wir unseren pv point hier mit den bezeichnungen l1 n apostroph n apostroph hier sind also unsere anschlüsse einphasig und ganz kurz möchte ich darauf eingehen wieso wir hier zwei n apostroph also zwei neutralleiter anschlüsse haben wir kommen also hier in dieser schematik oder auch hier in dieser detail ansicht vom notstrom verbraucher von unserer einphasigen steckdose zum wechselrichter und hier gleich vorab mal erwähnt wir benötigen bitte hier unbedingt auch einen typ a fi 30 milliampere für diesen pv point für diese steckdose und dann zum wechselrichter gehend schließen wir einmal die phase direkt an und den neutralleiter direkt an die erdung allerdings wird nicht direkt an den pv point angeschlossen sondern vorher auf diese kupferschiene die wir hier unten auch noch mal genau sehen können also hier dargestellt unser erdungsdraht geht vorher auf die kupferschiene und dann danach über ein dem über ein kurzes erdungskabel von dieser erdungsklemme rauf auf den eigentlichen pv point also hier noch mal dieses kleines kurze kabel und das alles um unseren eigenen pn leiter herstellen zu können das heißt wir haben intern in der notstrom situation hier keinen pn leiter auf unserem pv point weshalb wir hier dieses kurze kabel stück vorher integrieren müssen ja das wären also die notwendigen settings und natürlich im anschluss daran werden wir auch noch mal die den einstellungs part am wechselrichter interface durchbesprechen das ist dann schritt zwei das wäre jetzt mal schritt eins die verkabelung richtig zu machen und das möchte ich ihnen hier jetzt gleich mal zeigen wir sehen hier schon der pv point ist schon montiert hier als eigenständige box mit einem mit einer steckdose schuko steckdose drinnen und auch ein typ afi 30 milliampere ja ein fassiges kabel haben wir bereits erwähnt und wir haben hier auch schon parat gelegt ein kurzes stückchen erdungsdraht mit dem wir dann eben auch unseren pn leiter wieder herstellen werden ja um hier die verkabelung durchführen zu können werden wir zuallererst natürlich mal das ganze stromlos schalten das heißt ac-seitig abdrehen auch dc-seitig den wechselrichter trennen und warten bis das gerät spannungslos ist und im nächsten schritt auch sehr wichtig anzumerken hier haben wir hier eine kleine kabel durchführung die wir eben auch noch integrieren müssen das heißt der pv point anschluss wird nicht standardmäßig vorgesehen hier für eine kabel durchführung das heißt wir werden den wechselrichter im nächsten schritt abnehmen auf der unterseite mit einem stufenbohrer eine bohrung machen die kabel durchführung setzen und da gibt es auch schablonen hier unten die werden wir ihnen gleich in dem nächsten schritt zeigen und dann kann die verkabelung auch schon beginnen und wir starten jetzt mal mit dem bohren und dem setzen der kabeldurchführung so wir haben jetzt die adaption an unserer grundschale vorgenommen die der kabeldurchlass sitzt schon hier wir haben die bohrung geschafft und jetzt geht es an den anschluss der pv point kabeln und hier habe ich bereits etwas vorgesehen vorgelegt meine kabeln hier ein bisschen durchgeführt das heißt jetzt schon der erste schritt mal die pv point kabeln einführen über unseren neu gesetzten kabeldurchlass und wir haben bereits gesehen die erdung wird zu allererst mal über über diesen klemmblock angeschlossen das heißt hier schon mal unser erster schritt auf einen der ersten punkte und nun als zweiter schritt habe ich hier ein kleines kurzes stück erdungsdraht das dann auf den zweiten punkt kommt auch hier einfach anschließen und nun geht es an den installationspart wir öffnen den ersten klemmblock zum beispiel hier gleich mal und führen unsere erdung ein also wie gesagt hier geht es um einen pen leiter den wir eigentlich kreieren und dann neutralleiter anschluss und phase direkt am pv point so neutralleiter phase und der anschluss steht ja das wäre bereits alles was sich bei der verkabelung berücksichtigen muss wenn es um den pv point geht und jetzt werden wir uns im detail nochmal ansehen welche schritte ich bei der aktivierung im web ui des wechselrichters vornehmen muss so nach erfolgreicher installation haben wir uns wieder mit dem wechselrichter verbunden wir sehen hier wieder unser alt bekanntes webinterface und jetzt gibt es auf der linken seite das übersichts fenster in dem wir uns jetzt befinden wir wollen unter den ersten punkt gerätekonfiguration einsteigen und hier unter den zweiten folgepunkt funktionen und ios ja der kommt uns vielleicht auch schon bekannt vor der war schon bei der in betriebnahme gefragt und hier gibt es dann den ersten punkt notstrom hier können wir mal unser drop down menu öffnen und zuallererst mal hier klicken wir wollen das aktiviert haben und hier können wir dann den notstrom modus noch auswählen hier ist die wahl dann zwischen full backup aus oder pv point das heißt in unserem fall wollen wir den pv point wählen unten sagte uns noch die nennspannung die könnte man noch adaptieren für andere länder natürlich notwendig und da wir auch eine batterie hier angeschlossen haben gibt es und gibt es für uns auch die möglichkeit den ladezustand für die batterie zu verändern das war es auch schon nach erfolgreichem setting einstellen bitte hier nicht vergessen auf speichern zu drücken das mache ich jetzt mal und wir sind fertig mit unserem system ich kann dann wieder hier über das web ui hinausgehen und der pv point kann genutzt werden so jetzt starten wir gleich mit dem nächsten notstrom thema von pv point in den full backup und für den voll notstrom full backup arbeiten wir ziemlich eng mit einer firma namens envitec zusammen die hierfür die notstrom umschaltung am einspeisepunkt in form einer box für uns bereitstellen und wir können dann durch ihre umschaltung auch mit unserem vollen notstrom durchstarten ja hier ein ganz kurzes konfigurationsschema wie das ganze eben aussieht es gibt in der box die ich später dann auch noch im der in praxis über die kamera vorstellen werde eine klemme einen eigenen klemmblock wo all die notwendigen komponenten für modbus und auch für die umschaltungen und feedback kontakte der schütz eine einzige klemme abgeht das ist die x5 klemme die ich später noch erklären werde und hier sehen wir all bekannte verkabelungen wie zum beispiel den modbus anschluss wir sehen dass wir wieder ein verdrilltes kabelpaar verwenden die schirmung wird einseitig geerdet und hier unten kommt eben dann die die feedback kontakte von dieser notstrom umschaltung zurück und genau das werden wir uns später noch im detail ansehen wichtig zu wissen auch noch ist die tatsache dass wir für den vollen notstrom auch wirklich einen batterieanschluss benötigen nur dann können wir im vollen notstrom durchstarten im dreiphasigen in einer dreiphasigen form ja gut wir haben noch eine weitere folie die ganz kurz beschreibt welche leistungen wir überhaupt abgreifen können sowohl mit pv point als auch mit dem full backup mode möchte ganz kurz darauf eingehen und mich auf den sumo gen 24 plus konzentrieren genau wir sehen hier leistungs klassen aufgegliedert vielleicht für alle die es interessiert hier primo leistungen für den pv point also die obere leistzeile beschreibt hier jetzt mal pv point leistungen und hier sehen wir dass für sumo gen 24 plus geräte von 3 bis 10 kw der pv point natürlich zum ersten verfügbar ist wir sehen hier die nominale dauerleistung von also 13 ampere sprich 2.990 watt können wir hier abgreifen und wichtig zu wissen ist auch dass eine überlast für fünf sekunden möglich ist beim sumo sprechen wir hier von 4133 watt die wir ziehen können wie gesagt für diese bis zu fünf sekunden wenn wir jetzt vom full backup sprechen sprechen wir eben von einem dreiphasigen system für das wir auch eine batterie benötigen und wenn wir uns das ganze jetzt beim sumo gen 24 plus anschauen was fällt uns auf zuallererst dass wir hier nur von großen geräten sprechen das heißt sechs acht und zehn kw geräte sind full backup fähig leistungsklassen von drei bis fünf kw haben wirklich nur den pv point verfügbar bitte das auch bei der wechselrichterwahl in ihrer installation beachten und auch hier sehen wir die phasen dauerleistung die ich halten kann und auch leistung leistungsüberlast die ich fahren kann die wiederum hier aufgegliedert ist also leistungsüberlast für bis zu fünf sekunden ist hier mit 12,4 kilowatt begrenzt ja also von diesen theorie folien weg werden wir uns jetzt die praktische verkabelung der envitec box anschauen so also von dem theorie part werden wir uns jetzt in der praxis mal unsere envitec box anschauen die wir hier schon montiert haben wir sehen hier also unsere envitec box ist installiert wir haben aber aus aus einfachheitsgründen hier die steckbuchsen herausgeführt wir werden natürlich später noch einen detail zoom hineinführen und wie bereits erwähnt für unsere größeren sumo gen 24 plus geräte sechs bis zehn kw würde das eine kompatible version bedeuten mit der ich dann vollen notstrom fahren kann und da gibt es natürlich viele verschiedene boxen hiervon bitte einfach schlau machen beim netzbetreiber was wird gefordert welche komponenten müssen integriert sein und hierfür gibt es von envitec auch einen konfigurator auf deren homepage der wird auch in der description unten verlinkt bitte einfach mal durchchecken ausprobieren und die richtige box für ihr system finden gut wir machen jetzt einmal hier auf und werfen einen blick hinein jetzt sehen wir hier über die detailkamera schon welche komponenten hier eigentlich schon alle drinnen sind zum beispiel wir sehen ein voronius smart meter ist als standard mit drinnen deshalb deshalb auch unsere modbus verkabelung wir sehen die schütze fi ist auch mit integriert und ganz unten haben wir jetzt diesen deckel schon entfernt um ihnen zeigen zu können dass hier viele verschiedene anschlusspunkte natürlich vorhanden sind die eben bei uns auf diese bananen stecker schon ausgeführt sind und zum beispiel hat der kunde hier auch die wahl zwischen standard und notstrom lasten zu wählen das bedeutet für den kunden er hat die wahl zu entscheiden welche lasten sollen im notstrom versorgt werden und welche nicht das würde natürlich auch bedeuten dass er hier drauf schauen muss dass nicht die aller größten lasten wie große pumpen und so weiter im notstrom zuschalten diese würde er dann einfach unter lasten verschalten und nur die notstrom lasten wie licht und steckdosen wären dann versorgt auch der wechselrichter anschluss wäre hier drüben und ganz im eck sehen wir auch eine klemme x5 die kommt uns sicher bekannt vor von den folien die wir vorher gesehen haben über diese x5 klemmen haben wir nämlich unsere modbus verkabelung erstens und zweitens auch unsere feedback kontakte von unseren schützen zum gen24 plus gerät ja das sind so die details bei der verschaltung werdet ihr kurz zu machen und ihnen hier die bananen stecker die wir hier aufgelistet haben ganz kurz zeigen wir haben hier also unsere modbus anschlüsse von netz comment wechselrichter anschluss und hier ganz unten unsere lasten wie sie hier sehen können all unsere lasten haben wir uns haben wir über die notstrom lasten angeschlossen das heißt alles was wir im backup betreiben möchten wird hier über diesen anschluss versorgt zum beispiel und diese schritte kennen wir jetzt alle schon was modbus betrifft was wir jetzt noch nicht kennen ist die verkabelung unserer feedback kontakte von unseren schützen und hierfür haben wir eben drei pins die wir auch in der grafik vorhin gesehen haben falls sie hier noch detail infos brauchen bitte einfach ein paar sekunden zurückspulen und dann wissen wir dass wir einen feedback kontakt io 0 input 6 und input 7 benötigen die ich hier jetzt angeschlossen habe und vielleicht kurz zurückführend sehen wir auch am wechselrichter hier natürlich dass der feedback kontakt angeschlossen ist das heißt hier dieser ganz rechte orange block neben dem modbus anschlussblock der ganz rechte große das ist der wo wir unsere drei feedback kontakte von der envitec box anschließen genau also all unsere verkabelung schritte sind getätigt auch die schütze sind über feedback kontakte am wechselrichter angeschlossen wir haben die batterie auch diese ist natürlich angeschlossen und letzter schritt ist jetzt wir werden wieder einsteigen in das web interface des wechselrichters und full backup auswählen beziehungsweise die letzten settings definieren also nach erfolgreicher installation und verkabelung unserer envitec box für den vollen notstrom heißt es jetzt die notwendigen einstellungen am web ui zu treffen dafür gehen wir wie beim pv point in unser web ui des wechselrichters wir verbinden uns wieder damit und haben hier links wieder unter der übersicht die gerätekonfiguration und dann den zweiten punkt von oben funktionen und ios in diesem submenü angekommen mussten wir dann wieder den notstrom aktivieren und hier gilt es dann auszuwählen den full backup und so wie wir diesen notstrom modus auswählen haben wir zum einen wieder die möglichkeit die nennspannung zu verändern ladezustand der batterie anzupassen weil wir hier natürlich für dieses setup eine batterie benötigen und auch unsere feedback kontakte unserer unserer schütze haben wir hier die die pin anschlüsse unserer drei kontakte hier kann ich nur empfehlen bitte verwenden sie hier die standard settings also default die standard settings wenn ich die verwende da habe ich dann natürlich auch weniger fehlerquellen auch bei meiner verkabelung also kann ich nur empfehlen pin 0 pin 7 pin 6 hier auf default zu setzen und diese pins dann auszuführen ja das war es soweit dann auch schon und wir starten dann gleich auch weiter mit der nächsten komponente dem ohmpiloten so also in unserem nächsten schritt möchten wir uns mit einer weiteren komponente fronius lösung befassen sie sehen schon da wo ich stehe da war vorher die batterie wir haben uns jetzt eine weitere komponente ins auge gefasst und das ist der fronius ohmpilot hier jetzt schon ohne cover für sie ersichtlich wir werden ihn dann noch zusammengeschraubt sehen ja der fronius ohmpilot ist ein überschussregler ein leistungsregler der wirklich nur überschussenergie aus unserem netz nutzt die daten bekommt er von unserem wechselrichter und genau er nutzt diese überschussleistung für die aufhetzung von warmwasser zum beispiel also wenn hier ein heizstab verbaut ist wie wir hier zum beispiel sehen ich kann auch natürlich jede andere art von ohmschen verbraucher hierfür verwenden und in unserem nächsten schritt möchten wir natürlich den anschluss etwas im detail befassen das heißt wie wird der versorgt wie sieht die datenkommunikation aus zu dem ersten punkt der ohmpilot kann einphasig oder dreiphasig verkabelt werden je nachdem welcher heizstab verwendet wird heizstabe können angeschlossen werden einphasig bis zu 3 kw und dreiphasig bis zu 9 kw in unserem fall haben wir einen heizstab einen dreiphasigen von ascoma angeschlossen wir haben auch eine partnerschaft mit ascoma die uns hier mit einem heizstab versorgt haben und den möchten wir heute anschließen ja ganz wichtig beim heizstab ist vielleicht können wir hier auch in der dateikamera nochmal kurz drauf gehen ganz wichtig am heizstab bei der verwendung des heizstabes ist dass ein neutralleiter ausgeführt ist hier kann man es auch nochmal sehen auf dem anschlussbereich des des heizstabes selbst wir haben also die drei phasen oder auch hier eine phase bei einem einphasigen heizstab und ganz wichtig ein neutralleiter ist ausgeführt und das ganze die ganzen heizstabe sind über sternpunkt verkabeln nicht über eine dreiphasig verkabelung ausgeführt ja auch zu sehen hier hinten ist ein thermoregler fast jeder heizstab ist natürlich mit so einer art sicherheitsregelung ausgeführt werden wir später noch darauf zu sprechen bekommen genau so wenig wie möglich oder gar keine aktive elektronik soll beinhaltet sein deshalb ist so ein standard manueller heizregler das einfachste ja jetzt wo wir schon auf der detailkamera sind werfen wir auch gleich mal einen blick in den ohmpiloten wir sehen auf der linken seite unten den anschlussbereich des ohmpiloten ac-seitig versorgt wie gesagt dreiphasig in unserem fall und dann auf der rechten seite sehen wir phase 1, phase 2 und phase 3 für unseren heizstab hier was wir auch schon angeschlossen sehen ist ein temperatursensor ein pt 1000 der hier oben seinen platz gefunden hat halte ihn jetzt auch noch hier ganz kurz in die kamera also ganz einfach über eine tauchhülse einsetzbar kann ein pt 1000 verwendet werden muss aber nicht also es ist keine es ist nicht pflicht so einen zu verwenden kann ich aber machen und habe ein paar weitere vorteile damit und die datenkommunikation ganz kurz und schnell erklärt ich habe drei möglichkeiten den ohmpiloten anzuschließen einmal über lan an unser netzwerk einmal über wifi und einmal über modbus über diese drei klemmen hier unten und das ist unser weg wie wir heute anschließen möchten natürlich über modbus kabel gebunden bedeutet das auch eine der sichersten möglichkeiten und weil wir schon im detail hier sind sehen wir hier auch kleine dip switch die brauchen wir später gleich denn der ganz rechte der hier schon in der position nach oben geschoben ist das ist unser abschluss widerstand 120 ohm den wir eben auf on setzen möchten wenn unsere modbus leitung hier ihr ende hat ja also soviel zur detail beschreibung und ich würde sagen wir starten jetzt einfach gleich mal los smart meter ist natürlich schon verkabelt den haben wir im vorhinein schon gesetzt gehabt den kennen wir schon und jetzt gilt es also vom zweiten modbus ausgang einer ist für smart meter verwendet und vom zweiten modbus ausgang möchten wir jetzt auch noch unseren ohmpiloten verkabeln und das machen wir jetzt in kürze und schauen uns das resultat an so wir sehen also bereits die verkabelung wurde gemacht die datenkommunikationsleitung wurde angeschlossen über diese drei pins hier auch der abschluss widerstand wurde gesetzt wie wir hier an diesem kleinen dip switch setzen da es sich hier um eine endkomponente in unserer modbus linie handelt auch das cover unseres heizstabes von aus coma sitzt jetzt schon drauf und hier möchte ich noch auf ein detail aufmerksam machen ich habe es vorhin bereits erwähnt wir haben bei den meisten bei den meisten heizstäben hier auch eine manuelle temperaturregelung bitte immer darauf achten dass wenn ein pt 1000 sensor am ohmpiloten angeschlossen ist dieser im besten fall auf das maximum aufgedreht wird dieser manuelle sensor und die regelung dann sowieso über den ohmpiloten und dessen angeschlossenen sensor geschieht das heißt wenn ich hier nicht ganz aufdrehen würde würde vielleicht im vorhinein schon vom heizstab abgeschalten werden und das möchten wir im übrigen nicht denn die kontrolle erfolgt dann über die elektronische messung von pt 1000 eine ganz wichtige side note noch und jetzt ist es an der zeit das cover aufzusetzen zuzuschrauben und dann schauen wir uns die die betriebnahme von diesem gerät an ok wir haben die installation am ohmpilot vorgenommen wir sind jetzt trotzdem nochmal am wechselrichter web ui zurück und zwar müssen wir dem wechselrichter natürlich sagen dass ein ohmpilot vorhanden ist das heißt wir gehen jetzt wieder von unserem startfenster auf gerätekonfiguration und dann weiter auf komponenten und hier haben wir den pv generator den primärzähler und jetzt heißt es eine komponente hinzuzufügen und wenn der wechselrichter bereits einen ohmpilot über modbus erkennt kann ich ihn hier auch hinzufügen klicke hier darauf wird mir hier auch die seriennummer angezeigt da kann ich nochmal überprüfen ob es auch das richtige gerät ist und klicke dann auf hinzufügen ja mit einmal speichern bitte diesen schritt hier nicht vergessen abschließen und im nächsten schritt werde ich ihnen dann zeigen wie man am ohmpilot den access point öffnet so also nachdem wir am wechselrichter den ohmpilot hinzugefügt haben ist es jetzt an der zeit den wifi access point am ohmpilot zu öffnen dafür haben wir vorne drauf erstens mal drei leds eine status led eine wifi led und auch eine warnleuchte und einen button der uns auch ansagt was wir alles machen können wir möchten den punkt 2 verwenden access point öffnen dafür drücken wir zweimal diesen button und gleich darauf wird hier oben diese mittlere leuchte zweimal blinken in einem abstand und das bedeutet für uns dass der wifi access point offen ist und jetzt schauen wir gleich in unser web ui unseres ohmpiloten dazu verbinden wir uns jetzt nochmal mit diesem offenen access point wie wir hier sehen können ohmpilot unterstrich und die seriennummer haben wir bereits in der verbindung aufgebaut und dann bitte merken auch hierfür für den ohmpilot gilt dieselbe ip adresse wie für unsere anderen wechselrichter auch dieselbe ip adresse um uns mit diesem gerät zu verbinden ja einmal verbunden kommen wir dann auf diese landing page ohmpilot und hier werden uns ein paar dinge erklärt wir haben keine statusmeldung das ist immer gut sollte ein fehler auftreten würde der hier aufscheinen dadurch dann dass wir einen pt 1000 temperatursensor verbaut haben wird uns auch gleich eine temperatur angezeigt und momentane heizleistung ist noch 0 watt da wir keinen überschuss haben wir wollen jetzt mal auf allgemein klicken in der in der rubrik hier oben und hier unsere einstellungen vornehmen allgemeine einstellungen ich könnte hier eine bezeichnung vergeben und wir vergeben ja auch ein paar details für unsere heizung unsere angeschlossene ascoma heizung die können wir hier mal auf automatisch lassen wie wir sehen wird dieser verbraucher gleich als dreiphasiger erkannt und die leistung wird vom ohmpiloten erstmalig durchgemessen also unabhängig davon ob pv überschuss da ist oder nicht wird mal vom ohmpiloten getestet was das technische maximum ist mit welcher er diesen heizstab belasten kann sind in diesem fall zwei kw in unserem fall haben wir dann auch einen temperatursensor vorhanden dafür klicken wir hier auf diesen auf dieses kleine häkchen und dann gibt es ein paar punkte die ich hier anpassen kann einer der wichtigsten den ich hier erwähnen möchte sind die einstellungen der maximalen temperatur hier kann ein haken gesetzt werden und das von dem haben wir vorher gesprochen ich kann also über den ohmpiloten bereits eine maximale temperatur vergeben die über die nicht hinaus geschossen werden sollte das heißt wie schon erwähnt der manuelle temperatur schalter den stellen wir auf das maximum und die detailregelung machen wir dann hier über den ohmpiloten das ist alles was ich hier machen muss bitte nicht vergessen auch auf speichern zu klicken um die einstellungen zu übernehmen und los geht es spaß sobald wir jetzt pv überschuss hätten könnten wir schon unser warmwasser damit aufbereiten gut für unsere nächste system lösung nehmen wir jetzt die elektromobilität und hierfür gibt es natürlich auch eine fronius lösung und zwar heißt die fronius wattpilot also hier in der grafik möchte ich ganz kurz erklären welche komponenten hierfür zu tragen kommen und wie diese miteinander verbunden sind und verkabelt werden wir sehen schon die wichtigste komponente unser gen24 plus wechselrichter und wenn man den leistungspfad hier folgt sehen wir auch schon den fronius wattpilot der einfach hier angeschlossen ist in unserem system natürlich ist für diese gesamte kombination und auch für die nutzung von pv überschuss welche auch möglich ist mit dem wattpiloten ein fronius smart meter im system notwendig deshalb auch hier in der grafik angezeigt die kommunikation zwischen diesen beiden komponenten kennen wir schon modbus rtu jetzt kommt aber etwas neues hinzu denn der fronius wattpilot benötigt keine kabelgebundene datenkommunikation hierfür wird wirklich nur mit dem hausnetz des systems eine verbindung aufgebaut und der wattpilot sucht sich automatisch der findet automatisch den wechselrichter und verbindet sich mit diesem und frägt hier dann über die solar api die daten ab ja ein punkt den ich hier auch noch ansprechen möchte ist dass optional natürlich ein wifi repeater ganz sinnvoll sein kann vor allem wenn ich größere distanzen habe wenn die wifi reichweite nicht ganz so gut ist dann ist hier natürlich super zu verwenden ein repeater um hier ein besseres signal dann zum beispiel in der garage zu haben so jetzt von der theorie kommend starten wir also mit einem praxisbeispiel wir haben hier unser setup wir sehen den gen 24 wechselrichter wieder mit angeschlossenem smart meter und hier eben auch der wattpilot schon installiert es ist noch nichts mit strom versorgt ich möchte vorerst die detail komponenten erklären wir sehen hier eben den wattpiloten über eine ce steckdose angeschlossen und hier unten sehen wir noch wichtige komponenten die bitte auch über die bedienungsanleitung nicht vergessen werden dürfen einmal leitungsschutz und einmal auch ein typ a fi 30 milliampere bitte diese komponenten nicht vergessen bei der zuleitung zum wattpiloten auch wenn wir von der zuleitung sprechen bitte hier mindestens vier quadratmillimeter kabeln verwenden ja ok jetzt geht es auch schon los wir versorgen das ganze system mal mit strom und etwas das wir sofort erkennen ist hier dieser lichtkreis der rund um den wattpiloten erscheint und sobald der wattpilot mit strom versorgt ist haben wir auch schon einen permanent offenen access point mit dem wir uns jetzt im nächsten schritt verbinden um die letzten einstellungen zu machen um dieses gerät auch nutzen zu können nach erfolgreiche installation des wattpiloten geht es jetzt also um die in betriebnahme und hierfür verwenden wir natürlich unsere solar wattpilot app über die wir jetzt gleich einsteigen zu allererst heißt es ganz unten in unserem menü eine nutzungsbedingung und datenschutzerklärung zu akzeptieren und danach gibt es hier zwei optionen einen bereits installierten wattpilot in meine app hinzufügen oder einen neuen zu installieren das ist natürlich unser punkt hier der erste und mit dem starten wir gleich los ja hotspot ist bereits offen wir haben jetzt mehrere möglichkeiten uns mit diesem wifi zu verbinden wir können den qr code auf der mitgelieferten rf id karte scannen oder wir können uns manuell mit dem wifi verbinden und das passwort eingeben wir machen jetzt zweiteres öffnen unsere wlan einstellungen hier scheint der wattpilot mit seriennummer gleich auf verbinden uns mit diesem und genau hier wäre dann das passwort einzugeben das ist in unserem setting nicht mehr notwendig weil wir uns bereits öfters verbunden haben dieses passwort finden sie bitte aber auch auf dieser selben rf id karte die mit dem wattpilot mitgeliefert wird gut dieser erste einrichtungsschritt ist abgeschlossen und wir klicken hier unten auf weiter ja im nächsten schritt schritt zwei geht es also schon darum uns mit dem heimnetzwerk des kunden zu verbinden in unserem fall ist das fronius energy lab also auch dasselbige netzwerk mit dem auch unser wechselrichter verbunden ist ganz wichtig hier geht es um dasselbe netzwerk in dem auch der wechselrichter hängt um eben dann auch die überschuss funktionen nutzen zu können also hier noch eine passwort eingabe erforderlich ganz klar und wir klicken auf verbinden gut wir haben also die verbindung bereits aufgebaut und können auf den nächsten schritt ganz unten klicken hier auf weiter genau ja nächster schritt ist die einrichtung also die passworteinrichtung ein passwort wird hier vergeben genau wir vergeben jetzt ein passwort welches wir auch für unsere testsysteme hier verwenden einfach zu merken der kunde wäre dann hier derjenige der hier das passwort dann aussucht und mit einem klick auf weiter geht es zum nächsten schritt zur internetverbindung im nächsten schritt können wir also unser wifi bereits abdrehen das heißt wir sind nicht länger über den hotspot des wattpiloten verbunden diesen haben wir ja bereits eingerichtet mit dem heimnetzwerk sondern jetzt verbinden wir uns über unser mobiles unsere mobilen daten über das internet mit dem wattpiloten ja und das war es auch schon wir sind jetzt im startmenü des wattpiloten und können hier die settings bereits einsehen und haben die erste installation bereits abgeschlossen für weitere informationen und weitere einstellungen zu unserem wattpiloten bitte folgen sie auch dem link ganz unten in den im webinar da wird auch ein weiteres webinar wo es rein um den wattpiloten geht verlinkt kann ich nur empfehlen hier wird es ganz eindrücklich und ausführlich beschrieben ja hallo von meiner seite auch hier jetzt der leo wieder danke christoph für die tolle produktvorstellung vorhin ich werde ihnen jetzt erklären oder die wichtigsten fragen zum thema solarweb beantworten das solarweb unsere monitoring plattform kennen sie ja sicher eben genutzt um das system zu beobachten zu monitoren aber wir bekommen auch immer wieder ganz wichtige fragen wie zum beispiel wo finde ich die seriennummer der geräte wo finde ich updates wie kann ich zwei wechselrichter zu einer anlage hinzufügen und gemeinsam monitoren wie kann ich die produktregistrierung durchführen und genau solche fragen möchte ich heute eben beantworten sie sehen hier die oberfläche meines eigenen solarwebs ich habe ja schon einige anlagen hinzugefügt wenn sie eine weitere anlage hinzufügen möchten zu ihrem account einfach auf das große rote plus hier unten klicken hier geben sie dann den namen des neuen systems ein und fügen hier die geräte hinzu also zum beispiel gen24 seriennummer und fv code hinzufügen die daten unten auswählen und dann ist die anlage schon hinzugefügt das werde ich jetzt nicht machen ich werde es ihnen auf einer bestandsanlage zeigen das heißt ich gehe jetzt auf die fronius anlage das ist eine demo anlage von uns selbst und hier werde ich ihnen die ganzen schritte zeigen gleich am anfang die produktregistrierung finden sie hier rechts oben werden wir jetzt auch nicht im detail durch machen da haben wir eigene videos und flyer dafür könnten sie dann auch in der video description finden ganz wichtig hier können sie eben diese gratis garantie verlängerung durchführen ja wie gesagt das ist jetzt die oberfläche von fronius solarweb wo sie die energieflüsse sehen also die pv erzeugung was geht ins netz was geht ins netz hier was geht in das haus und was geht in die batterie ganz wichtig die einstellungen ich werde jetzt die analyse und die energiebilanz heute eher im hintergrund lassen weil das monitoring eben grundsätzlich selbsterklärend ist und nicht so schwierig man sieht eben die ganzen energieflüster im detail und auch historische daten zurück in die vergangenheit aber heute werden wir uns dem thema einstellungen widmen da klicke ich jetzt mal drauf da sehen sie eben schon das profil der pv anlage mit den grundeinstellungen also währung co2 faktor und solche dinge die können sie per default meistens eingestellt lassen bildkontakte das sind jetzt auch keine wichtigen reiter wichtig hier gleich mal die komponenten bei den komponenten sehen sie erstens einmal die datenquellen id also das ist zum beispiel jetzt bei einem snap inverter der data manager und ganz wichtig gleich zu beginn jetzt hier die updates wenn hier ein update verfügbar ist bitte immer gleich das update machen ganz wichtig um die komponenten eben auf dem aktuellen stand zu halten der zweite reiter das ist eben dann der energiezähler der smart meter auch immer ganz wichtig bei einem system dann andere komponenten wie zum beispiel der onpilot mit seriennummer und ganz unten finden sie dann den wechselrichter in diesem fall ein cymo hybrid und hier eben die seriennummer des wechselrichters und der typ ganz wichtig eben ganz unten sehen sie das und auch die stränge die angeschlossen sind also welche pv leistung auf den dc eingängen angeschlossen sind auf den mpp trackern sehen sie eben dann hier genau weil es auch immer wieder die frage taucht immer wieder auf wie füge ich jetzt zum beispiel zwei wechselrichter zu einer anlage hinzu dass ich das gemeinsam als eine anlage monitoren kann es gibt ja beispielsweise die kombination von snap inverter und gen24 plus oder zwei gen24s dann einfach wenn sie das erste gerät registriert haben hier bei den komponenten eine zweite datenquelle hinzufügen klicken sie hier zum beispiel füge ich jetzt einen gen24 hinzu oder einen tauro dann geben sie hier die seriennummer den v-code ein klicken auf ok und das ist erledigt und sie sind fertig das zweite gerät ist hinzugefügt und sie können es gemeinsam monitoren auch noch ganz wichtig der reiter rechte hier können sie ihren kunden zum beispiel die rechte des anlagenbads übertragen das ist im prinzip das gleiche recht wieder anlagenbesitzer nur dass er eben die anlage nicht unabsichtlich löschen kann also wir empfehlen immer den kunden die rechte des anlagenbads zu übertragen finden sie hier hinzufügen und dann können sie eben hier eine e mail adresse eingeben und dann die verschiedenen rechte kategorien wählen ja zu guter letzt noch die servicemeldungen immer einen blick auf die servicemeldungen werfen das ist auch sehr wichtig können sie einstellen in welchem intervall die servicemeldungen gesendet werden hier sehen sie eben wenn es irgendwelche status codes gibt oder fehlermeldungen bitte immer eben ein auge drauf werfen und ganz zum schluss noch der besitzerwechsel das heißt wenn sie wirklich den ganzen solarweb account jetzt dem kunden übertragen wollen und selber sozusagen nichts mehr mit diesem account zu tun haben wollen dann ein bitte den besitzerwechsel durchführen und dem kunden die komplette anlage übertragen genau mit dem klick auf den fronius button kommen sie wieder auf die grundansicht über alle anlagen noch mal zurück auf diese hier sehen sie dann wieder eben diese grundansicht von dieser speziellen anlage genau das war es auch wieder zum thema solarweb und jetzt geht es weiter mit dem thema solar s os ja wie gesagt zu guter letzt wollen wir ihnen jetzt noch unsere service app fronius solar s os ans herz legen sie haben alle sicher schon einige minuten in der warteschlange unserer support hotline verbracht mit s os sparen sie sich diese zeit und kosten sie können mit der seriennummer des geräts direkt den case anlegen und bekommen sofort hilfe diese cases über s os werden bei fronius auch priorisiert behandelt das ist ganz wichtig außerdem bietet s os noch weitere tolle features wie die übersicht über über die bedienungsanleitungen zum beispiel oder videos und so weiter und für eine detaillierte virtuelle tour durch das tool haben wir ihnen in der video beschreibung auch wieder ein eigenes webinar verlinkt sowie zum beispiel auch direkt den link zum tool selbst also einfach wieder einen blick auf die video beschreibung unten werfen da finden sie alle wichtigen links ja ich hoffe wir konnten ihnen mit dem heutigen video unsere produkte und lösungen wieder einen schritt näher bringen und hoffe auch dass sie weiterhin einschalten bei fronius ich wünsche ihnen noch einen schönen tag auf wiedersehen und bis bald